Die verschiedenen Farbschattierungen am Abend in Sosos Flay. In Ruhe werden wir uns aus unserem Kühlschrank jetzt noch ein Bier nehmen und ordentlich einschleusen. Kenyon, der zweitgrößte Kenyon der Erde. Mit meinem Freund Oecklen geht es von Wieselort mit dem Flieger nach Windhoek. Der Flieger nach Windhoek, von da aus mit dem Unimog nach Sosos Flay zu den Riesenbühnen, runter zum Orangiriver, den Orangiriver entlang zum Fish River Canyon, dann in den südlichen Teil der Kalahari auf Südafrika Seite, dann geht die ganze Kalahari in Süd-Nord-Richtung nach Zimbabwe. In Zimbabwe durch den Uengi National Park und an den Viktoria-Wasserfällen vorbei, durch den Caprivi-Zipfel zur Etoscha-Pfanne und von Windhoek aus geht es bei Flieger zurück.